Schimm-Munition? Ist mir hier nichts... Koffer rum kann ich leider nicht. Ey! Jay! Sehr schön! Da haben wir nichts... Wow! Vorsichtig! Kann die runterfallen? Oh! Die Old Dutchman, hm? Irgendwann möchte ich gerne nach Amsterdam. Einfach entspannen. Hä? Warum denn Amsterdam? Wie wär's denn mit den Malediven, Alter? Was ist denn mit dir? Schau dir all diese Autos an. Als ob sie alle vor einer Horde geflohen wären. Wahrscheinlich, ne? Hier! Da ist doch die Horde! Wenn man von den Bastards spricht... Oh! Den muss ich aufsetzen! Oh! Oh! Wow! Wow! Seht ihr diesen Typen da? Der rennt, Alter! Alter! Im Laufen habe ich einen Headshot verpasst. Come on! Let's go! Oh, Mann! Ich fuhlt durch die Karre! Ich fuhlt durch die Karre! Kommt das denn jetzt her? Waffen, Waffen, Waffen? Nein, nur Munition. Verdammte Scheiße. What the fuck? Oh, schön gesungen. Das hat ganz schön Munition gekostet. Vielleicht finde ich mehr in diesen Autos. Ja, Alter, ich bin schon dran. Ich glaube, ich mache das jetzt mal anders. Okay, da ist nichts drin. Koffer, was kann ich damit... Nee, kann ich nichts mitmachen. Aber warte mal, hier waren wir schon dran, oder? Genau. Hier waren wir schon dran. Nee. Nein. Hä? Da hat sich doch irgendwas gerade bewegt. Nein. Ah. Nee, scheint leid zu sein. Wie sieht es mit der Tonkarre hier aus? Bisschen was zu trinken. Das ist unwichtig. Ja, aber da. Also genügend Munition finden wir ja hier echt reichlich. Holy fuck. Ja, mein Gott. Hallo. Wow, es hört gar nicht mehr auf. Wow. Wow. Alter, beruhige dich. Beruhige dich. Oh. Holy fuck, Alter. What the fuck? Geht doch. Nein. Oh nein, ich habe nachgeladen. Ich habe das andere Essige-Gewehr nachgeladen. Äh, Gewehrsache. Ich habe schon Pistole. Wird eh in der Hand gefehlt. Du hättest mich hier nicht packen können. Warte mal. Wenn ich die ganze Zeit nach vorn drücke. Wow. Wow. Oh, da wollte ich gerade sagen hier. Alter. Okay, wir müssen aufpassen. Wir können, äh, unsere, ähm, oder ich darf nicht auf die falsche Taste drücken. Dann schaue ich die ganze Magazine weg. Was ist das? Huh. Kann ich das auch? Oh, geil. Wir haben jetzt Handgranaten, Freunde. Ach, siehste. Ich kann, ich kann die Waffe holzern. Aber da ist nicht mal ein Holz da. Okay. Falsch. Ähm. Falsch gemacht. Naja. Muss ich halt fast bis zu den Knien drücken. So, okay. Da ist nichts drin. Oh. Ich weiß auch nichts drin. Äh, sieht schick aus. Sieht schick aus. Sieht auch schick aus. Ich glaube, da war nichts drin. Schick. Oh, schöne Karre. Äh, außer eine Sporttasche ist in. Oh, hier. Ja, Mann, nice. Oh. Können wir. Oh. Äh. Dabei beschwert, dass ich noch irgendwie so viel Munition verschwende. Oh, 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 oh. Oh, yes, man. So. Die Brücke haben wir geschafft. Sicherer Hafen in der Raffinerie. Gut. Vermutlich senden Sie das Radiosignal. Hier, sicherer Hafen da hinten. Ja. Sicherer Hafen. Nein, funktioniert nicht. Und Fred hat schon wieder alle seine Freunde mitgebracht. Vielleicht komme ich da hin. Wer ist denn Fred? Jetzt mal ohne Witz. Äh. Ja. Das sind ja wohl doch ein paar Zombies, ne? Ähm. Speed Limit 10. Passt. Oh. Kopfhüber, ey. Ja, Mann. Ey. Stopp. Ich will euch. Oh. Da hinten muss ich. Oh. Krass, ey. Ich geh mal. Hey. Das Auto gehört die Old Dutchman Main. Ich wette, da gibt es nützlichen Kram. Das sehen wir uns an. Komm, alle sind in Ruhe. Die sollen erst mal alle dorthin gehen. Alle zum Fass. Ich würde sagen, ich schieße auf das Fass, wenn der etwas dickere, ich sag mal, auf der Ebene ist. Von der Tonne. Ja, los, komm ran. Komm. Noch ein Schritt weiter. Oh. Das Auto hat einen Platten. Das Auto hat einen Platten. Das ist zugeschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Ja, wer hat den? Im Büro? What the fuck? Okay, da ist nichts. Das ist alles safe aus. Ja, Mann. Magazin wieder gefunden. Ah. Das war es auch schon wieder. Ich muss auf jeden Fall ins Büro. Wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten. Aber das wird schon. Äh. Wie komme ich denn jetzt? Ah, da. Ey. Was geht? Oh, Dutchman, mein. Underground-Touren. Naja. Underground bedeutet wenigstens keine Sonne. Lass uns das machen. Sieht alles safe aus. Ich habe die Maske aufgesetzt. Zack. So. Nein, ich bin am Limit. Ich bin am Limit. Aber wir haben übernommen. Hier. Bleib erst mal da. Ob ich damit zuschlagen kann? Ich weiß es nicht. Okay, Wasser haben wir keins. Okay, müssen wir aber verdursten. Hallo. Jeffrey. Ich kann nichts sehen. Jetzt aber. Äh. Ich will hier rein. Äh. Guck mal. Ich muss doch hier irgendwie nach oben kommen. Das sag ich doch. Boah. Hier. Mein Bus ist da. Kett nicht auf. Irgendwie. Die unterhalten sich. Pssst. Oh, meine Hand. Bleib stecken. Hand. Danke. Wollen wir auch nochmal ein bisschen quatschen? Hallo. Wie geht es hier stets? Scheint gut zu gehen. Oh. Nachplan wieder. So. Hier geht ein bisschen Titi auf. Sag ich doch. Nice. Wow. Alter. Ja, Mann. Ich bin. Ha. Wie geil ist das denn? Ich hab noch Revolver. Jetzt mach ich einen hier auf Rick von The Walking Dead. Hey, Fred. Was läuft? Ich hab noch ein bisschen Fleisch hier. So. Hat auf jeden Fall gut getan. Mach's gut, ja? Oh, yes. Nein. What the fuck? Ich kann nicht so viel Munition mitnehmen. Scheiße. Was haben wir da dran? Achso, das ist nun mal eine Knarre. Okay. Okay. Alles gut. So. Schlüssel. Da haben wir eine Pistole. Das heißt. Ich tausche die ein. Die überhalten wir. Schlüssel. Schlüssel. Ich komme hierher. Ich weiß nicht, wo du bist, aber sieh mal her. Oh, komm jetzt raus. Oh, wir haben viel zu viel Munition, Alter. Wo könnte er das Ding denn versteckt haben? Ja. Ah, da, da. Got it. Ein Fernbedienungsschlüssel. Ich hab's. So. Schlüssel haben wir jetzt da in der Tasche. Das brauchen wir nicht. Magazin. Wie gesagt, haben wir genügend. Okay. Huh. So. Da würde ich mal sagen, auf zur Karre. Ah, scheiße. Ist immer noch zu. Ah. Ah. So. Schnitzel Kachel. Na, komm. Huh. So. Ah, hier. Ah, hier. What the fuck? It doesn't work. Vielleicht Koffer ran. Ja, funktioniert noch. Ah, nice. Oh, eine Windel, Bing. Schau dir das an. Sehr schön. Fantisch. Ja, Mann. Oh, das ist so herrlich. 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 Vielen Dank.